Kann ich auch ein Kloster um? Was bringt mir das Kloster denn? Medizin, okay. Ja, die müssen das Ding noch reparieren. Und dann können wir es mal ausbauen. Okay, das klappt. Das hier oben ist auch verpackt. Ja, alle schieben hier ein bisschen Panik. Jawohl! Ja, wobei, erst mal dich zur Landwuchtin machen. Jetzt habe ich nicht genug Geld mehr. Die sind panisch wie... Alles mögliche. Komm, komm. Ich brauche das Holz für die. So, jetzt packen wir mal mein Schloss aus, bitte. Tag Poptholz. An. Okay, dann schicken wir euch mal Holz. Ja, weil ihr seid auch ziemlich demoliert und ihr braucht Holz zur Reparatur und alles. So, dann kann ich die beiden mal wieder ausbauen. Ja, und das funktioniert auch gerade nicht richtig. jetzt geht es schwierig. Oh. Okay. So, dann gehen wir mal. So, da wird es cheese呢. So, da wird sowas zu machen. So, duenkst beim Semalant machen. Was haben wir sie da? Oh incentiviert. So, das ist das Sachen. So, dich mal wieder da hinschicken. Vielleicht kannst du noch mal Steine abgreifen. Wäre schon recht praktisch. Nachuardierst du meinst du! Nögerlich. Soll die Schmerzen sind nicht eingeschränkert. Wird nicht eingebauten. Soll sie nicht mehr schieben. So, hier kann wieder gebautet repariert werden. Und wird es auch. Sehr gut. Das Reich von Hidun erhebt Tribut. Jawohl. Auf euren Befehl. Na gut, Holz ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt zu haben. So, fort. So, jetzt können wir unser Lagerhaus ausbauen. Die Siedler brauchen ein Zeichen der Hoffnung. Sucht die heilige Kuh und führt sie durch die Dörfer. Schützt ihr Leben wie das Eurige. Denn sie ist uns heilig. Dann hoffe ich mal, dass die Truppen nicht da unten gesehen haben, bis ich anfange uns anzugreifen. Das wäre unpraktisch. Was ich dann eher bräuchte, wären mehr Steine. Und das, also... Wie viele Steine bräuchte ich? Also zwei Ladungen Steine. Und ja, es gibt leider keinen direkten Weg hier hoch. Ich suche meine Burg für die... Das Eisen. Weil das wäre dann so das Nächste, was ich angehen müsste. Für Hidun. Entrichtet euren Tribut. Mhm. Zu wenig Holz. Seid ihr jetzt auch Verbündete? Ja. Das heißt, ihr schickt alle Geld. Ihr schickt... Seid nur Kat. Okay. Wie ihr wünscht. Ei. Verstanden. Auf euren Befehl. Und ja, das Problem an diesem Richtbrunnen ist, glaube ich, dass sie... ...versiegen können. Ich's ja so mit Geld wieder aufbuddeln muss. So wie ich's mit dem Brunnen... ...hier bei ihnen getan habe. 500 Gold. Ach, mein Gott. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten und sparen. Alles klar. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Äh, da hab ich doch auf Max. Ja, hab ich. Ja, die heilige Kuh. Die müssten wir erst benutzen. Aber ich hätte gerne lieber erst das Eisen und Soldaten. Tja, ich weiß, ich könnte auch Eisen von innen hier kaufen einfach. Zahlt euren Tribut für Hidu. Hm, der Tribut war jetzt nicht so besonders. Warten wir noch die nächste Tributladung ab. Und wenn das nix bringt, dann kaufen wir einfach nochmal Steine. Na, alles andere haben wir jetzt. Wir brauchen nur die Kirche. Ausgebaut. Oh, sie haben ihre Holzhörderhütte auch wieder aufgebaut. Not. Untertitelung. BR 2018 So, alles hat geläuft. Ihr könnt aber auch noch einen zweiten Gerber jetzt errichten. Na, noch ein bisschen dauert es, dann ist das Tributfähigkeit auch wieder voll. Da kommen die Steine, die ersten. Leider kann ich keinen gezielten Tribut verlangen, sondern irgendwas. Außer, dass es geht einmal im Kreis oder so. Bezahlt euren Tribut für Hidun. Na, kommen nur Steine. Okay. Alles klar. Das heißt, wenn die Steine angekommen sind, können wir die Kirche ausbauen. Ja, bald fängt wieder die Regenzeit an. Ich hätte es nicht sagen sollen. Da sind meine Steine da hingegangen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Das sollte mir jetzt aber... Ja, den Brunnen füllen. Ich glaube, da kommen wir auch nicht rüber. Da ist auch Hochwasser. Äh, gibt es doch einen Weg hier runter. Nö. Nicht erreichbar. Okay, das heißt, wir können gerade kein... Das ist doch doof. Komm, lass die Regenzeit schneller vorbeigehen. 33... Boah. 33 Grad hier gerade. Also da möchte ich nicht wohnen wollen. 34 Grad im August.